So, hier muss ich blöderweise langer machen, falls da einer ist, wenn nicht. Ich hab total daneben gezielt. Achso, ich muss hier noch wechseln. Mit dem Sniper halt ich da ja eh nicht lang. Ich werd nicht mehr, was ist denn das für ein Blödsinn? So, den hab ich schon mal. Na, die Karnaten können auch nicht. Und jetzt hab ich da niemanden getroffen. Das ist doch echt abartig. Gut, unterstütze ich mal unseren Kollegen hier oben. Das ist doch echt uncool. So, ich mach jetzt mal das Schlaf. Weg. Ah, ver... Ja, nach der Munition her von dem anderen geklaut hier. Na, da krieg ich eh nur auf die Nuss. Natürlich, in den Rücken. Wär ich mal da geblieben. Jetzt müssen wir die theoretisch mit allem einnebeln, was wir haben. Vor allem Nebel ist eigentlich ein gutes Stichwort. So, ein Drecksack. Mal sehen, ob ich schnell genug bin, um dem was zu schreiben. Mal sehen, ob ich schnell genug bin, um dem was zu schreiben, um dem was zu schreiben. Mannschaft gegen, äh, 5 gegen 2 anzufangen und sich dann auch noch drüber zu freuen, ist echt nicht, äh, irgendwie im Rahmen des Normalen. Naja, gut. Ja. Shop. Hm. Tja, ja. Waffen. Primary. Da hätte ich gerne... Was ist das denn für eine? K2 mit Muster. Gibt sich schon zu kaufen. Hm. Interessant. Hier, sowas hier eigentlich. Fire Raid 23. Normaler hat ja keinen. Das ist ja... So eine Halb... Ah, Moment, wie war das? Äh, Fire Raid. Fire Raid. 10er Magazin, ja, ja, ja. Das ist so eine, ähm, halbautomatische. Die wäre eigentlich auch geil, aber die kommt wann anders. Und da, da bin ich doch in der Kategorie, wo ich hin will. Ähm. Da müssen wir dann eben... AWP, ansonsten... Gibt's ja kaum andere. Also, es gibt ja jetzt hier nur die, die ich hab. Hier die PSG 1. Und M40 A1, FR F2, Dragonaut, AWP... Die wollte ich ja nicht haben, die AWP glaube ich auch nicht. Wäre das wohl eine... Äh, vom Aussehen her, eigentlich die, die ich haben wollte. 5... 5... 7, 21. Das wäre natürlich auch... Das ist natürlich dann die Überlegung, ob man dann... Hier sagt, ich nehme hier so eine 7... Eine mit 7er Magazin, oder eine mit... Ach stimmt, ich wollte ja eine von den 5... Ja, gut. Ist ja auch egal. Ähm. Ja, für heute war es das. Morgen... Äh. Achso, hey. Hör mal. 5, 1, 5. Äh. Ich will gerade aufhören, das ist ein bisschen blöd. Ähm. Morgen wäre ich wieder da. Und, ähm. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja dann wieder. Ich muss jetzt, äh. Noch was erledigen, noch ins Bett. Und dann, naja. Ciao.